Herzlich willkommen bei uns hier in der Agentur in Kiel-Emschenhagen. Wir sind schon seit 20 Jahren hier am Bebelplatz, bin hier groß geworden, kenne die Eisdiele am Bebelplatz schon ewig, kenne viele Leute hier in Emschenhagen, bin hier zur Schule gegangen und dem Ort wie der Provinzial immer treu. Also hier unseren Stadtteil versuchen wir natürlich auch bestmöglich zu unterstützen. Da ist es vielleicht auch damit, dass wir Spenden sammeln, um Kinderfeste zu unterstützen. Für uns ist es wichtig, Transparenz für den Kunden herzustellen und ihn in allen Versicherungsbelangen so zu beraten, dass wir uns nicht verbiegen und der Kunde mit einem guten Gefühl unser Büro wieder verlassen kann. Bei der Provinzial bin ich seit 1995 versichert, durchgehend bis heute. Mir haben sie mal das Auto abgebrannt, was nun, sag ich mal, recht ungewöhnlich ist halt Schaden und ich wurde hervorragend betreut. Ich habe Herrn Karow, das ist mein Ansprechpartner, der weiß sofort Bescheid, da muss ich nicht lange nachfragen, der kennt sich bei mir aus. Durch mein Hobby ist es natürlich auch selbstverständlich, dass wir ein fundiertes Fachwissen zum Thema Wassersport haben und das natürlich auch bei der Beratung unserer Wassersportkunden intensiv nutzen. Wir können bei der Schadenbearbeitung sehr viel selber erledigen, wir betreuen auf dem Boot, wir sind immer dann da, wenn es mal brennt, wenn ein Segel gerissen ist oder wenn vielleicht ein Motor geklaut wurde. Das sind alles die Dinge, die uns auszeichnen, nicht nur im Stadtteil, sondern auch auf der Brücke oder direkt beim Boot, wenn mal was schief gegangen ist. Bei der Provinzial sind wir versichert seit 20 Jahren, seitdem wir selbstständig sind. Für unsere hochwertige Maschine, die wir gerade neu angeschafft haben, haben wir beim Markt eine speziell zugeschneiderte Versicherung gefunden, wo wir hoffen, dass sie da auch in guten Händen ist. Weil wir einen Maschinenbruch hatten, kam ein Gutachter, hat sich das angeguckt, hat Kostenvoranschlag abgegeben und das wurde dann von der Provinzial übernommen. Der Bedarf eines Gewerbekunden ist ein ganz anderer als der eines Privatkunden. Natürlich wollen beide gute Beratung haben, nichtsdestotrotz ist es aber für einen Gewerbekunden schwer, sich frei zu machen von der Arbeit oder seine gerade neu erworbene Maschine hier in die Agentur zu schleppen, um zu zeigen, was er jetzt versichern möchte. Das ist für uns natürlich total komfortabel, wenn Marc rauskommt. Das spart uns lange Anfahrtswege, viel Zeit, von der wir natürlich wenig haben. Die Altersversorgung haben wir auch abgeschlossen für unsere Mitarbeiter. Ja, wir verdienen das Geld mit unserer Arbeit, mit unserer handwerklichen Produktion und die Versicherungen sind nicht unser Geschäft, da verlassen wir uns auf die Profis und da sind wir gut aufgehoben bei den Schweres. Alle Sicherheit für uns im Norden, Provinzial.